Dieser Polizeieinsatz sorgt für Panik im Netz. Rund 60 Streifen Wagen rücken aus, angeblich, weil Außerirdische zugeschlagen haben. Dieses Gerücht verbreitet sich über die sozialen Plattformen. Solch ein Ausmaß eines Polizeieinsatzes, da muss mehr dahinter stecken als ein paar jugendliche Schläger, die in den Fall verwickelt gewesen sind. Auf diesem Video wollen die Verschwörungstheoretiker im Internet einen drei Meter großen Alien sehen, der der eigentliche Auslöser des Einsatzes an einer Mall gewesen sein soll. Etwas verdutzt gibt die Polizei aber später Entwarnung, denn statt eines Aliens sei hier nur der Schatten eines davonlaufenden Passanten zu sehen, das Ganze sei eine optische Täuschung. Völlig real jedoch die Bilanz des Polizeieinsatzes, am Ende werden drei Teenager in Gewahrsam genommen.